Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Pascal und willkommen zu dieser neuen Reihe mit dem Namen Ein Bier mit ... mit Carla von The Plank Lab. Wir sind hier in Hannover und die liebe Carla hat ihren eigenen Pflanzenladen eröffnet, wo sie gleich so ein bisschen berichten wird. Aber zuallererst, erzähl doch mal was von dir. Wer bist du eigentlich? Ja, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich heiße Carla. Und ja genau, ich habe im Prinzip eine Ausbildung ganz normal gemacht, so als biologisch-technische Assistentin, kurz BTA, und arbeite derzeit in einem Institut, und zwar im Institut für Pflanzenkrankheiten. Das ist echt cool. Wir forschen da so ein bisschen mit Pathogenen, also Krankheiten in Pflanzen, und das macht echt Spaß. Das glaube ich dir. So, erzähl mal, The Plank Lab. Jetzt könnte man natürlich denken, woher der Name kommt, aber möchtest du es einfach mal laut aussprechen? Also ja, wie ihr gerade schon gehört habt, komme ich aus dem Bereich des Labors, der Forschung. Und ich habe erst gedacht so, nennen wir doch den Laden Splash Plants. Das ist tatsächlich, ich habe das noch nie mitgehört. Splash Plants? Ja, das war so der erste Gedanke, weil ich viele Pflanzen als Ableger in Wasser auch hatte und die dann einfach verkauft habe, aus Hydrokultur so ungefähr, wie man es auch schön nennt. Genau, und so kam dann halt Wasser Splash und Plants natürlich. Irgendwie war für mich klar, dass der Name englisch sein sollte. Das fand ich schick. Das hat mir aber nicht gereicht und deswegen habe ich mich dann nochmal umentschieden und war dann so, von der Symmetrik passe das alles nicht. Das Wort sah nicht schön aus. Und jetzt durch mein Labor und meinen Berufsalltag bin ich auf The Plant Lab gekommen und habe auch hier zum Beispiel ein Becherglas und die stehen überall im Laden und da sind dann Ableger oder hier kleine Kletterhaken drin für Pflanzen und so habe ich so ein bisschen den Laboralltag mit reingebracht. Besser geht es ja nicht. Aber wie kamst du jetzt eigentlich auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt ein Pflanzengeschäft auf? Wie kam das? Ja, das kam irgendwie einfach so. Also tatsächlich. Es war, ja, ich habe Pflanzen mir selber angeschafft, wie jeder andere wohl auch, der diesen Kanal guckt und habe so viel Spaß am Ableger verkaufen gehabt und die Gespräche, die Kunden, das war einfach schön. Und das Schreiben hat mir am Anfang echt irgendwann, ja, wehgetan, so fast in den Fingern, weil es so viel war, dass ich überlegt habe, einen Online-Shop zu eröffnen. Das lief dann so okay, war immer noch mehr über Ebay Kleinanzeigen. Und dann, ja, ach komm, der Laden unter unserer Wohnung, der ist frei. Also, er war noch nicht ganz frei, Kinderwagen und Fahrräder standen drin. Aber kein Hindernis für mich. Ich habe die Vermieterin dann einmal ganz lieb angesprochen und sagte dann, weißt du was, ich hätte gerne einen Laden und würde gerne einen Zimmerpflanzenfachhandel eröffnen. Und sie war so begeistert von dieser Idee, dass es dann noch sechs Monate dauert, bis ich ihn bekommen habe. Aber war, okay, aber... Es hat einfach sehr lange gedauert, ihn auszuräumen. Aber, okay, aber das ist ja so, aber wenigstens hast du ihn bekommen, ne? Richtig, genau. Und deswegen, es gibt eigentlich gar nicht so den Moment, wo ich sage, ich habe die Vision gehabt, einen Zimmerpflanzenfachhandel zu eröffnen. Und es kam einfach und es war eine glückliche Fügung. Sehr schön. Und läuft. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das freut mich. Die Pflanzen-Community ist für mich einfach ein Glück, weil sie bringen so viel Freude mit. Alle haben Bock, alle sind lieb und nett und man teilt so viel. Das macht echt Spaß. Das ist schön, das freut mich. Du machst ja jetzt, du hast ja jetzt hier den Laden. Ja. Du arbeitest noch nebenbei im Labor. Was machst du denn so in deiner Freizeit? Lustig, dass du es ansprichst. Ach so? Es ist sehr wenig Freizeit. Das ist wirklich sehr wenig. Ich wollte eigentlich auf die Podcast-Geschichte hinweisen, wo ich auch schon mal Gast war. Das meinte ich mit Freizeit. Wollen wir den nochmal aufnehmen? Was, den Podcast? Nein. Die Szene. Ach Quatsch, nein. Das ist doch lustig. Okay. Du sagst sie, aber nebenbei im Labor, was ja der Hauptjob ist. Das ist ja das Leben. Ach so, ja gut, dann ist es ja, ja, meine Güte. Man kann aber auch alles auf die Goldwaage legen. Du hast ja aber auch ein sehr interessantes Klima hier. Ich bin schon schau am Schwitzen. Aber erzähl mal, was möchtest du über deinen Podcast erzählen? Was ist das für ein Podcast? Wie entstammt der? Also, genau, wir machen einen Zimmerpflanzen-Podcast, Oliver und ich, also Oliver Jürgens, und genau, der heißt Grün färbt ab und wir haben jede Folge ein anderes Thema. Wir haben jetzt in der letzten Folge, die in KW18 rauskam. Ich rede in Kalenderwochen, furchtbar. Ich bin voll raus. Bei KW18 die letzte Woche? Ja, ja. Ach so, okay. Nee, diese Woche. Ich weiß, das ist der siebte Mal. Das reicht. Und, nee, genau, dann haben wir halt das Thema Orchideen gehabt und dann haben wir super viel über Orchideen gesprochen, aber nicht nur zu zweit, sondern mit einem Interviewpartner und zwar dem Christian Wichmann von Orchideen Wichmann. Er ist Orchideenzüchter und hat in Zelle seinen riesigen Gewächshäuser und dann musste er Rede und Antwort stehen vor Oliver mir und hat sehr gerne sein Wissen mit uns geteilt. Genau. Und ihr konntet auch was lernen. Also, Olli hat gesagt, er hätte jetzt doch mehr Bock auf eine Orchidee, als er eigentlich vorher dachte. Na, mal gucken, wann er sich eine holt. Ich bin sehr gespannt. Ja. Wie viele Folgen habt ihr jetzt? Das ist die 13. Und ich war in Folge 7, bin ich der Meinung. Ja, richtig. Das ist genau richtig. Ja, gut. Ja, es war sehr, sehr amüsant, also die Aufnahme. Ich will nicht sagen, sie war chaotisch, aber puh, ich habe, glaube ich, ich will nicht sagen, eine Flasche Wein gelernt, das wäre too much, aber es war sehr, sehr viel Wein. Und ich dachte nur am Ende, oh mein Gott, was habe ich alles gesagt? Und ich meine, wenn ich jetzt diese Videos mache, ich kann genau entscheiden, was nehme ich rein, was lasse ich jetzt so ansteigen. Jetzt war quasi das in andere Hände gelegt. Ich dachte nur so, ich habe es einmal gehört und dachte, oh Gott, hoffentlich hat Oliver nicht irgendwas reingenommen, was peinlich oder was man nicht sagen sollte. Deswegen, ach, das war ab. Ja, da achtet man ja immer drauf. Aber, ähm, also Podcast machst du, dann hast du natürlich noch deinen Hauptberuf. Ja, genau, richtig. Und dein Pflanzenladen. Wie lange hast du denn jetzt eigentlich nochmal? Der, ähm, hat die Eröffnung gehabt am 2.10.21. Also aktuell sind das jetzt dann sieben, neun, acht, acht Monate. Das ist echt krass, ja. Ja. Du weißt ja auch dann im Oktober einjähriges. Ja. Da gibt es ein mega Sale hier. Also es gibt The Plant Lab schon seit dem 1.1.2021. Es hat aber halt gedauert, ich muss hohen. Cut! Meine Mann. Also es liegt jetzt hier aber nicht an der trockenen Luft hier. Der Wein ist trocken. Hallo. Die Luft ist sehr feucht. Ach, der hat ein Wort. Wenn du jetzt so an dein Shop hier, ne? Ähm, welche Pflanze, also du, hast du irgendwie eine Lieblingspflanze, die du so gerne verkaufst, weil sie so easy ist, weil auch jeder Kunde die toll findet oder, oder gibt es vielleicht auch das gesamte Gegenteil, hast du Pflanzen, du denkst so, ach, warum hab ich die mir bloß in den Shop geholt? Wie anstrengend kann eine Pflanze sein. Also, lustig, dass du fragst. Ich hab fast mit gerechnet, dass du diese Fragen stellst. Und zwar haben wir hier vorne die Juwel-Orchidee Mercudis Petola. Ja, also eine wirklich wunderschöne. Ich, ich, oh, Juwel-Orchidee, ich, wunderschön, weil man muss sich die Pflanze, wenn ich sie jetzt so sehe, denke ich, ach, was wächst da, ist das Müll, ist das Unkraut? So ein grünes Ding, ne? Genau. Aber wenn man mal richtig nah rangeht, dann sieht man diese, wie, als wenn das Blatt von einem Blitz getroffen wurde. Richtig. Und der Blitz gefangen ist. Genau. Weil die so glitzert. Und ich finde die Juwel-Orchidee so wunderschön. Ist das jetzt die Pflanze, die du total doof findest oder die du richtig geil findest? Das ist die, die ich richtig geil finde. Glaube ich dir? Die auch alle anderen, also alle anderen heißt alle Kunden, super schön finden. Ja. Weil sie halt einfach ganz anders ist, als alles andere, was man jemals gesehen hat, so ungefähr an Pflanze. Das ist sehr, sehr gut erklärt. Wirklich. Es ist, keine Pflanze ähnelt so wie dieser Juwel-Orchidee. Ja. Alokasien oder auch Kalathien, eigentlich jede Sorte kannst du ganz leicht verwechseln durch diverse Merkmale. Hatte ich auch Passazanum oder McDowell, wo ist jetzt der Unterschied? Aber wenn man die sieht, man weiß, Juwel-Orchidee. Ja, dann wird es mit Zeit. Ja, finde ich auch. Also im richtigen Klima wachsen sie recht schnell. Das heißt warm, feucht und ausreichend, aber auch nicht zu viel Licht. Diese Bezeichnungen lieben wir als Pflanzenfreunde. Absolut. Ausreichend, aber nicht zu viel. Ja, ja. Ja, erzähl ich weiter. Und genau, dann wächst sie auch sehr schnell und bekommt eine Blüte, die dann weiß ist. Die ist nicht so groß wie jetzt zum Beispiel die Blüte einer Phalaenopsis. Wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Ich glaube, Phalanopsis. Ne, mit A. Phalanopsis? Ja, ja. Du meinst also eine Standard-Orchidee, die ist lila und weiß. Ja, richtig. Die Orchidee. Genau, so ist die Blüte nicht. Sie ist viel kleiner. Was lachst du so? Ist die wirklich Fall? Wie Fall? Krieg ich. Aber du hast sie ja auch also wirklich richtig aufgetischt. Du warst ja, ich habe ja bei Instagram gesehen, in den Niederlanden. Richtig, genau. Ich war sogar in Holland. Stimmt, das ist eine Provinz. Richtig, genau. Und da hast du ja ordentlich eingekauft. Was hast du denn alles mitgebracht? Also, ich habe einmal die Kolokasia Black Magic. Die ist ziemlich cool mit ihren schwarzen Stielen. Also, ich muss sagen, es sieht teilweise blau-schwarz aus an den Blättern, die Adern. Ich kenne die als, die hatte ich neulich mal gesehen, als Pharao-Mask. Ne, das ist nochmal eine andere. Ich weiß, genau, aber die ähnelt mich so sehr bei der Pharao-Mask, oder wie sie auch immer heißt. Ich weiß nicht. Da sind die Adern ja wesentlich dicker und die... Ist um Norden. Und genau, du warst in den... Entschuldigung. Du warst in den Niederlanden, du hast ordentlich was mitgebracht. Ja, die Hälfte steht nur beim Markt gerade. Beim Markt, genau. Weil wir nämlich Pflanzentage in Hannover gerade haben. Und da stehen unter anderem zwei wunderschöne Teil-Konstellations, die riesig sind. Ich habe sie gesehen. Und, also in deiner Story. Und für die Leute, die es nicht wissen, wir haben dieses Video schon mal gedreht. Bloß in einer anderen Konstellation, wo wir durch den Shop gegangen sind und so ein bisschen getalkt haben. Was absolut Chaos war. Aber es war schön. Es war schon ziemlich witzig. Ich habe noch die ganzen Rohdateien. Und dann sehe ich, dass du diese Teil-Konstellationen und dachte so, wir müssen das Video nochmal machen. Und deswegen für die Leute hier, ich habe dieselben Klamotten an, wie auf der Botanica haben. Ja, wir haben den Weg genutzt, sind vor der Botanica zwei Stunden nach Hannover und sind wieder hier. Und drehen das Video in einer tollen Interviewform mit ganzen drei Kameras. Und ich hatte jetzt gehofft, dass wir die Thai sehen. Es tut mir sehr leid. Mensch. Mensch. Aber wenn die jetzt auf dem Markt stehen, das wird doch kalt heute Nacht. Nee, es wird nicht so kalt, dass ich sage, das ist bedenklich. Ich gucke immer den Wettbericht an, wenn ich sowas mache, sonst hätte ich sie natürlich nicht mehr. Sonst hättest du mitgebracht. Absolut. Ich lasse sie doch da nicht stehen. Aber du hast ja gar kein Lager. Wo bringst du denn die Massen hin? Stehen die denn bei euch im Flur und hast denn einen Schleichweg durch? Und wenn man da zehnmal vorbeigeht, dann hat die Pflanze an der Seite eine braune Stelle? Nee, also Massen habe ich sowieso nicht. Dafür habe ich gar keinen Platz. Also ich fand es schon, was du da weggetragen hast. Für mich waren das Massen. Naja, muss man auch so sehen. Ich habe den Laden, dann gebe ich Workshops und gehe auf die Märkte. Und die Märkte müssen bestückt werden. Und im Laden muss was sein und ich muss auch dann, wenn ich zum Beispiel jetzt in den Niederlanden war, so viel mitnehmen, dass ich dann auch davon zehren kann. Das heißt, dass ich dann erstmal den Monat nicht fahren muss. Klar, das ist ja auch immer eine weite Reise. Wie lange brauchst du? Ich nehme immer ein größeres Auto, das nur so 120 maximal fährt und dann fahre ich so ungefähr viereinhalb Stunden. Das ist auch ein Thema. Es ist aber, also wir sind jetzt noch haben fünf Stunden gefahren. Das ist jetzt eigentlich für uns eine normale Strecke, die wir im Auto verbringen. Ja, ich mag es gar nicht so gerne, so lange ein Auto zu fahren, weil es sehr anstrengend ist. Ja, ich weiß, es ist wirklich anstrengend. Und, nee, genau, also ich habe, was du ja eben gerade schon angesprochen hast, in der Wohnung. Ja, 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 in der Wohnung. Genau, in der Wohnung habe ich mein Arbeitszimmer umgeräumt. Und zwar habe ich rechts und links Schwerlastregale. 1,80 x 1,60 x 1,60 x 1,60 und das ist vollgeknallt mit Pflanzen und meinem Froschterrarium. Ich glaube, jetzt wäre es gut, wenn wir einfach die Videodateien vom letzten Mal einblenden. Ja, klar. Ich glaube, das ist noch cooler. Das war nämlich das erste Mal, dass wir uns auch persönlich... Das ist deine Kamera übrigens. Das war nämlich auch das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben. Und das war am Anfang sehr verhalten, möchte ich nicht sagen. Es war ein... Es war ein Gequakel, ein Gebettle. Wer erkennt sofort als erster diesen Stamm, der nur aus einem Stamm besteht. Ist er gewachsen? Ist es eine Melung, wie wir gesagt haben? Nein, er braucht noch ein bisschen. Okay, na gut. Ist ja erst anderthalb Wochen her. Stimmt. Die Zeit verrennt, die Zeit verrennt. Wir haben jetzt schon über die tolle Juwel-Orchidee gesehen. Und ich sehe hier zwei, nein, drei Pflanzen, die gerade ultra am Hypen sind. Erzähl, welche? Na, die drei, die vor mir stehen. Die drei, die vor mir stehen. Einmal die Jacqueline. Ja. Die Watsuyama. Und die... Moment, ich sage nicht, ich sage... Skindapsis, Träubi, Moonlight. Exactly. Ding, ding, ding. Zehn Punkte für Gryffindor. Schön, dass du Gryffindor aufmachst. Nee, eigentlich bin ich Slytherin. Ach, was. Ich bin nicht Hufflepuff. Du bist so dumm und naiv. Du kommst auf jeden Fall nach Hufflepuff. Genau, das sind so richtige Halbplätze. Aber die hast du jetzt auch gerade erst neu hier im Sortiment. Richtig? Richtig, genau. Genau, also die Skindapsis Moonlight, wie ich sie kurz immer gerne nenne, habe ich vor drei Jahren schon einmal gehabt. Das ist eine sehr langsam wachsende Skindapsis, meiner Erfahrung nach. Aber einfach ein absoluter Traum. Also ich bin wirklich happy mit der. Du bist sehr schön. Aber wie reagieren jetzt eigentlich die Kunden? Also kriegen die Kunden mit, dass du jetzt auf einmal so einen neuen crazy Shit hast? Ja, natürlich. Also ich update immer über Instagram sehr viel. Versuche natürlich auch den Online-Shop immer aktuell zu halten, wenn es dann möglich ist, auch wunderschöne Fotos zu machen von den Pflanzen. Da setze ich immer sehr viel auf Details und dass man vielleicht irgendwie auch die Struktur des Blattes richtig erkennen kann. Genau, und das wird dann im Online-Shop auch hochgeladen. Vieles aber wirklich über Instagram und den Leuten das halt direkt zu präsentieren, zu sagen, wir haben jetzt diese Pflanze im Laden und wir finden die besonders, weil... Ja, ist ja auch wichtig. Also das ist ja das Tolle, dadurch, dass du deinen eigenen Shop hast, du kannst ja selbst für dich bestimmen, welche Pflanzen du gerne im Sortiment hast. Wenn du sagst, hier die blöde Zibrina, die mag ich nicht, die möchte ich nicht immer... Auch wenn vielleicht Kunden fragen, ja, das ist natürlich schwierig dann so ein bisschen zu erklären, aber du kannst dann einfach sagen, ey, die nehme ich nicht. Richtig, also wenn jemand sagt, ich brauche die, dann sage ich so, okay, auf Bestellung machen wir das, aber nicht von mir aus. Mit einem Monat Wartezeit, weil du musst dann erst wieder nach Holland. Ich muss nicht immer nach Holland, wir haben auch um die Ecke einen. Ach, das ist schön. Das ist sehr schön, ja. Ja, okay. Ich habe jetzt hier ein, wie heißt das nochmal, Becherkolben? Nein. Becherglas. Becherglas. Richtig. Ein Kolben ist, der oben enger geläuft. Richtig, genau. Ist auch richtig Kolben? Ja. Habe ich hier sogar ein Stehen? Ich habe hier Erde, die du selbst mischt. Richtig, genau. Ja. Das ist unsere The Plant Lab Erde, würde ich sie gerne nennen. Ja, sowas besteht sie. Hausmix, es ist eigentlich sehr einfach. Es ist Pellite, das ist das weiße Zeug, was heißt die Styropor. Das ist dieses hier. Genau, kannst du auch da rein machen. Das hätte ich jetzt auch so gut gemacht. Gut, genau. Dann ist da ein bisschen Rinde drin, nicht zu viel, weil es für kleinere Pflanzen schwierig ist, sie dann einzupflanzen. Das ist dann zu grob. Klar. Deswegen machen wir da nicht so viel oder ich nicht so viel rein. Dann Grünpflanzen, Zimmerpflanzenerde, die hat einen Langzeitdünger und dann genau ab und zu, wenn wir welche haben, Kokosfasern oder halt dann Bims, Blähton, alles mögliche, was so Drainage bietet wie Pellite, ist immer gern gesehen in unserer Erde. Es ist ja auch so, dass die einfachsten Sachen am besten wirken. Also wenn ich manchmal geschaut habe, was die anderen Leute so für, das sind ja fast schon Backanleitungen für einen Thermomix. Weißt du, was die da zusammenmixen? Da musst du doch ein Studio abgeschlossen haben. Wirklich, ich habe das ja genauso. Ich habe Pellite, ich habe Kokosfasern und Rinde, alles ein Teil jeweils zusammengekippt. Für mich funktioniert die Erde. Und das ist ja auch das Interessante, dass jeder so seine eigene Erde hat. Ja, und der Erde lassen klarkommen. Genau. Die Zukunft, was denkst du so, wo wird die da her singen? Ich meine jetzt auch nicht realistisch. Wenn du jetzt wirklich den Traum, was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Wo du irgendwann, ich weiß, schwierige Frage, aber wo willst du irgendwann mal hin mit The Plant Lab? Da kriege ich direkt diesen zum Sterne Guck Blick nach oben. Gartencenter, dein eigenes Gartencenter. Nein, da habe ich keinen Bock drauf. Das war immer übertragen im Sinne, hätte ich auch nicht. Ach nee, da hätte ich auch nicht so viel. Vor allem dieser ganze Deko-Kram. Fürchterlich? Ja. Ja, nee. Wir haben hier ein Gartencenter in der Nähe und die haben Grillaccessoires, Gewürze, Deko, 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 Deko und so weiter. Ich kann noch mehr Deko sagen. Aber es ist Deko ohne Ende. Zwischendurch gibt es auch noch mal Teller und Besteck. Jedes Gartencenter in Deutschland, ich weiß. Boah. Kenne ich. Jetzt sag mal, wo geht die Reise hin? Wo würdest du dich eigentlich sehen? Ich hätte gerne einen größeren Laden und ich habe da so einige Visionen, was dann auch noch alles weitere da so in dem Laden vorhanden sein soll. Und da bin ich auf jeden Fall stark am Träumen, gucke auch immer in Hannover, ob es irgendwo einen Laden gibt. Einen größeren? Ja. Ja, das kann ich verstehen. Ja, und das ist wirklich mein Traum, wo ich sage, ich mache die Pflanzen in meinem Geschäft, aber was ich auch immer gerne betone, weil es meine absolute Leidenschaft zuerst war, ist im Labor. Okay. Das wirst du also wahrscheinlich sehr, sehr lange beibehalten. Auf jeden Fall. Weil es eine Leidenschaft ist. Man sagt ja auch immer, wenn du gerne zur Arbeit gehst, dann ist es ja keine Arbeit, sondern eben Leidenschaft. Und klar, da hast du ja natürlich die Verbindung zwischen dem Labor und den Pflanzen hier. Ja, genau. Ich bin auch gerade auf mein Geld. Ah, so ein feines, so ein kühles, so ein blondes. Ja. Und damit meine ich nicht das Bier. Nein. Du musst sagen, ich mache es blöd. Das ist aber nein. Nochmal bitte back to the roots hier. Also, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei euch oder wir bedanken uns bei uns. Ja, genau. Wir bedanken uns auch bei euch. Du kannst auch in diese Kamera schauen, die läuft da auch. Und sage jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020